Hallo und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu dieser Ausgabe Let's Play World of Tanks und zwar mit einem fast schon, oder was heißt fast, man muss schon sagen, mit einem legendären Panzer, dem Type 59 oder Typ 59 und gespielt wieder von Me 109 K4, Karte ist Klippe und wenn wir uns mal die Teams ansehen, muss man sagen, recht fair auf beiden Seiten von den Stats zumindest mal aufgeteilt, dann sind wir sehr gespannt, was er hier so zeigen wird, Klippe ist ja mit einem mittleren Panzer, mit einem Medium Panzer eigentlich eine ganz gern genommene Karte, ich finde es eigentlich für viele Panzer sehr ausgeglichen, außer so ein bisschen die TDs, finde ich mag ich nicht so gern, sonst wird hier gleich ein bisschen gekuschelt, aber nichtsdestotrotz, die meisten Leute schwingen sich natürlich auf die Mitte, beziehungsweise auf das Plateau hier oben und auch so der mittlere Panzer gerne wird eher hier in der Mitte der Karte gespielt, schauen man aber auch da hinfährt oder nicht, da hat er schon den Bulldog drinnen im Auto, aber den konnte er leider nicht hitten, immer noch nicht, so und jetzt wie zu erwarten, er nimmt hier die mittlere Position ein, aber hier ist sehr sehr viel los, sehr viele Leute, der Ruhr gibt jetzt mal dem VK einen, weil er sich hier geblockt fühlt, naja, muss ja jeder selber wissen, so da kommt er jetzt auf den T34 drauf, aber trifft ihn leider nicht, ja der VK, das ist hier alles schon sehr sehr eng, was die Jungs hier da machen, auf den Walker Bulldog, hinten ist auch knapp, so der VK und der Ruhe sind wieder vereint, befreit er sich bestimmt, naja, den Type schade, getroffen hat er ihn, das bekommt der VK noch eine rein, hat nach einem Hit vom Bulldog ausgesehen, von der Höhe her, so jetzt aber, er trifft ihn nicht, Bulldog prallt hier ab, VK ist hier wirklich für alle so ein bisschen ein störend Fried, gerade wenn es so eng ist, muss man sich da, muss man da wirklich gut spielen, dass man sich da eben nicht auf die Füße tritt, 0 zu 2 schon für den Gegner, der Type ist jetzt rumgefahren, aber konnte da das Schlimmste nochmal verhindern, ist noch immer am Leben und jetzt Jagdjäger, hoppala, der nimmt den T-37 mal raus, Jagdjäger hat natürlich eine starke Frontpanzer und jetzt wird es hier unangenehm für ihn, weil jetzt drücken sie peu a peu langsam rum, jetzt hat er den Conqueror im Auto eben, zack, einen gegeben und versteckt jetzt wieder hinten, der Conqueror prallt hier an ihm ab, das muss man auch erstmal schaffen, so jetzt schießt er mit Premium, aber ist auch sinnvoll, Conqueror Stufe 9, schwerer Panzer, der auch dementsprechend potent ist und das wird Auto eben, sehr schade, obwohl er den Turm gerade gedreht hat, aber jetzt hat er hier mit dem Stein eine schöne Deckung, Gott sei Dank hat der Gegner keine Artie, da prallt wieder ab, jetzt kriegt er den Jagdjäger schön in die Seite rein, genau, und zündet ihn an, automatischer Feuerlöscher hat hier Schlimmeres verhindert, aber er kriegt sehr schön die Seite nach wie vor rein, Jagdjäger hat hier ein bisschen ihn ignoriert, wobei jetzt sein Backup auch noch tot ist, also jetzt wird es wieder kritischer für ihn, steht er auch noch so, dass er durch den Conqueror da gedeckt wird, 5 zu 7 aktueller Stand der Dinge, der Jagdjäger, der ist jetzt natürlich ihm ein Gräuel, die Suh fährt jetzt mal weiter vor, bin ja gespannt, was die da jetzt macht, natürlich schießt der Jagdjäger auch auf die Suh, Suh macht aber den M103 weg, kommt hier noch mit 311 Struktur davon, ja, seines Zeichens kriegt hier den Jagdjäger nicht so raus, wie er das gern hätte, 8 zu 9 steht's, so, jetzt hat er wenigstens ihm mal schön die untere Wanne präsentiert, Jagdjäger hat verschossen, na, jetzt steht er wieder sehr gut da, aber der M103 kommt jetzt da ihm zur Hilfe, Jagdjäger aimt auch um, jetzt hat er ihn gekettet, das kann hilfreich für den M103 sein, trallt jetzt hier ab, aber der M103 kommt jetzt hier rum und macht ihn weg, da hat er auf jeden Fall Anteil daran gehabt, durch Disketten, der Kill war auch unbedingt wichtig und notwendig, und jetzt fahrt er scheinbar auf den T29, beziehungsweise nein, sieht den AMX-12T mit Auto-Amp, gibt er ihn dann da einen, jetzt kommt der AMX da runter, aber, bevor er überhaupt unten ankommt, wird er schon zerstört, jetzt der T29, sehr schön, macht er den Killshot, und jetzt ist die Frage, der T37 war noch nicht einmal gespottet in diesem Spiel, Waffenträger ist aber in der Tendenz zu seiner Basis gefahren, er lädt auch schon HE, in Ermangelung des Waffenträgers wahrscheinlich, da jetzt ein schön hoher Shot, wäre doch prickelnd, da ist er, hat noch reichlich Struktur, da macht so eine HE-Schelle schon Spaß, genau, 330 ist schon mal deutlich mehr als der übliche Schaden vom Type, und hier verfehlt er leider, aber jetzt hat er ihn sogar auch nochmal angezündet, und durch den Brandschaden ist er dann abgefackelt und final zerstört worden, und last but not least, jetzt ist nur noch der T37 am Leben, und der kann, ne, ich wollte gerade sagen, der kann AFK sein, kann aber doch gar nicht, weil er hat sich ja schon sogar einen Kill gemacht, und da ist er, kriegt er den Kill oder macht ihn noch jemand anders, das ist jetzt die Frage, ach, jetzt gibt er einen schönen Rammschaden, 302, das Hauptgeschütz stört er jetzt nicht mehr wirklich, jetzt muss das reparieren, sonst muss ich nicht mehr schießen, und er macht den Kill, so, da wird das Ganze pausiert, weil damit stürzt das Spiel nicht mehr ab, somit kann ich auch die Abmoderation in alle Ruhe machen, schön, dass ihr es eingeschaltet habt, der Type zeigt mal wieder, warum der Type so gern gespielt würde, aber eben von dem mittlerweile von dem wenigsten kann, ich hoffe, euch hat es gefallen, und ihr habt den Einblick von ihm gesehen, bis zum nächsten Mal, euer Al Karamba.